ich bin auch noch kümmern oder wir hier ganz genaue umgucken und der letzte ich will es auch nicht da so wenn wir die kipps haben aber gleich noch irgendwas wenn sie noch mal umgucken oder sind ziegelsteine eigentlich nicht gut ja dann ach komm dann geben wir abgedacht vor ihm gebraucht er hat deswegen eben umgebracht weil ich dachte so hey das ist noch irgendwas drinnen offenes gelände und je mehr wert von ihm weg bekommen desto geringer ist die chance entdeckt zu werden würde ich sagen deswegen habe ich ihn auch immer umgebracht weil du einzeln sind ja nicht so schlimm und den ganzen einzeln sich ducken dann sich an die rand schleichen denn im feuergefächt können einer mehr oder weniger schon entscheidend sind zwischen dem leben entschuldigt sie sind überall oh menschhaft oh nein oh nein oh nein oh nein guck dich geh weg mach doch irgendwas was passiert ist es nicht so았어요 wie du hast du mir gedacht nein geh weg oh oh blöd oh oh einfach geht das nicht Ja, das Problem wäre ich eben vorgerannt. Hätte ich das Problem gehabt, dass sie mich sowieso entdeckt hätte. Wäre ich weggerannt, hätte ich mich gesehen, also das wäre eben echt doof. Jetzt sehen wir doch ganz gerne die Dinger, da kann man die ganz gut, okay, da kann man sie kurz, kann man sie kurz bewerfen und dann haupt man die mit dem Messer ganz kurz weg. Versieren kann ich praktisch, finde ich. Das Messer von Ellie ist echt nice. Ja, da komme ich ja durch. Ich würde sagen, wir sollten zum, wir sollten zum, zu den, zu den Glocken erstmal. Ja. 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 Laufen sie blöd schon weg. Ich schuld. Wut? Das denn? Ich hab mich von dir gesehen. Du kannst mal mal nicht gesehen haben. Ähm, okay. Das hab ich jetzt nicht ganz gecheckt. Oh gut, äh, er meinte auch darauf, finde ich nicht irgendwie reagieren zu müssen. Okay, auf jeden Fall sind wir ja richtig. Sehr gut. Ich glaube, das könnte ein echtes Problem werden. Wir haben so lange zu sehen. Wir werden so schön. Ich brauche das. Findet dich. Schuss. nein 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 das ist sowas von gedacht der geht also rum aber nein natürlich musste er wieder zurückkommen er muss sie aber auch mal übertreiben den gleich komplett abzustechen was wollte dass ich nicht beißen nein nicht schon wieder das ja toll aber es soll auch mehr ja wenn auf einmal von zwei seiten alle kommen ist es natürlich auch toll wenn die mensch gegetieren was nur diese scheiße wo bist du ja wie viele sind denn hier auf einen haufen ja natürlich lass los das los heute noch hat ja er blockiert mich nicht kann nein sie kann nicht dann vorbei das kommen als ob aber eine halbe armee kommen kann noch so jeden jahr war der mann das ganz anders sie kann ich durch danke tschüss oh gott das was denn na kommen geht euch geht euch hallo doch das ist jetzt muss ja irgendwo ausgaben dann ist ausgang jetzt ausgang haben wir so wo ist denn hier ausgang was kann ich so gott jetzt kann ausgang hier ist ein ausgang gottes willen so dass man kommen dann da oben ja sehr gut wenn wir dann nie fertig geworden ja mit eddie zu spielen ist aber zwanzig mal schwer als bestimmt beim teil der bei dem deal ziel auch lustig dann gibt es hier in scherben natürlich scherben plötziger scherben wir können sie nicht oh ja sehr sehr gut ausgang erreicht was geschafft okay du kannst nirgends hin willst du raus kein infizierter kämpft so hart um sein leben ich brauche die schlüssel das ist eine interessante lebensgeschichte nicht immer wieder zu schade dass du uns ablesen jetzt ist es zu spät wenn du aufgehst wird es kurz und schmerzlos nicht mal auch Oh Gott, äh, bist du ja, Ellie. Du? Mist. Da war überall gleich Scherben. Das ist nicht so geil. Du überraschst mich immer wieder. Was? Wir haben jetzt... Oh, nee, ja, komm. Alter, aber ab hier so... Ja. Ja, wow. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Danke. Nichts. Lauf, kleines Häschen, lauf. Ah, das Mädchen. Natürlich! Woher wusste der da? Ja. Er weiß es. Er ist einfach... Er ist Gott. Ein Gott-Mod. Was? Nein. Nein. Ups. Das reißte mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Das reißte mit dir... das ist sinnlos ich kann nicht sehen wenn sie hier durchkommt müssen wir sie schnappen wir sollten den Unterschlupf beschützen eine infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang die Kleine ist fällig und wir wissen nicht wo sie auflaufen wir müssen einfach wachsam sein oh ne oder ich sehe in diesem bereich nach gott wo ist der typ mach mal langsam alles ok kannst du mit mir auch hier nach hinten geben alles ok ist das ist zwar jetzt in einer gefährlichen aber der muss trotzdem hey ah nein ernsthaft jetzt ja meine hände sind nicht mehr dran geht außen rum natürlich gut da bin wir sehr schlecht betroffen hat kein glück gehabt deswegen habe ich es aber ganz gern mit diesem rohr hat den laden neues jogging oder was komm ich bin schon lange weg wo ist der typ hier ich bin wo ich wo ich du j Ja. Ach, Mensch. Er lernt das auch nie, ne? Ah, ließ er besser. Ja. Weil wir die Schaf schützen, ist ne coole Idee. Ja. Im Glück hab ich den, mich im Ding alle jetzt besetzt, gekümmert. Hätt' mir öfters den Bogen nutzen sollen, der ist echt geil. Dann zwischendurch mit dem Bogen halt so Sachen, so soll's den auch richtig gut lösen. Ich verschwinde jetzt keinen Pfeil, aber... Ich weiß, dass du hier bist. Wieso? Woher weißt du's? Komm mal kurz mit. Immer mit der Ruhe! Alles ist cool, Mann! Natürlich! Wird immer das cool ist, wenn du stirbst. Hey! Hast du was gefunden? Aha. Gut. Die werden wir erst mal los. Ah, Ellis Rucksack. Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? 23. 23. 23. 24 Kilogramm. 10. 4. 559 Kilogramm. 8. 5. 2. 1. 32 Kilogramm. 18. 186. 23. 31 Kilogramm. Fette Beute. 19. 9. 739 Kilogramm. 2. 10. 139 Kilogramm. 5. 11. 278 Kilogramm. 4. 11. 319 Kilogramm. 5. 3. 1540 Kilogramm. schon besser die minister vierte 1278 kilogramm 30 5 927 kilogramm und der sechste 875 kilogramm 607 683 kilogramm 585 12 kilogramm dritter 909 kilogramm das was besser werden 12 10 38 kilogramm alter ich muss sie finden ich muss sie finden oh my god ja 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 Ich wusste, du hast Herzen. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Wollen wir ja nicht. Gar nicht deinen Stil, oder? Du kannst doch weggen. Leck mich! So kannst du mich? Dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ja, und du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Ellie! Ellie! Hör auf! Hör auf! Lass mich nicht an! Es ist okay, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier, hier! Ich bin's! Er wollte mich... Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Machinaj Untertitelung des ZDF, 2020